So, jetzt werde ich Türchen 13 öffnen. Das sind Folientattoos. Ich mache den mal auf. Die sind so wieder goldsilberne Tattoos für den Körper. Und das ist einmal ein Kussmund, dann ein Herz mit einem Pfeil durch und ein Pferd mit Flügeln. Und die bringt man genauso an wie die Tattoo-Armbänder. Okay, ich zeige euch jetzt nochmal, wie ihr das nochmal anbringen könnt. Ihr nehmt einfach ein Tattoo eurer Wahl. Ich nehme jetzt dieses Herz hier mit dem Pfeil durch. Dann ziehe ich die Schutzfolie ab. Ihr müsst das mit dem Motiv, mit der Seite, das muss auf eure Haut. So, dann nehme ich mir ein nasses Tuch und drücke ein bisschen. Ihr könnt dann hier an der Ecke das ein bisschen anheben und gucken, ob das eure Haut schon angenommen hat. Ich muss noch ein bisschen. So sieht das jetzt aus.